Sooo... Ich hoffe nicht in meinen Games alle... Sooo... Nee, 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 nee... Sooo... Sooo... Jetzt ist das ehrlich... Boah, schnell aussteigen! Alter! Eingang klopiert hier! Es ist doch wunderbar! So, das Herzchen nehme ich auch noch mit. So, jetzt kann ich nicht mehr zum Kamin aus. Erstmal fahren. So, äh... Komm mal, dein Wagen... Ich leide deine Karre nur aus, Mensch! Sooo... Jetzt geht's ab zum Ton hier. Sooo... Sooo... So... 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 ... Langsam da vorbeifahren... Und jetzt ver... Ah... So, den Müllwagen findet man da unten hier, wo die Bombe da war. So... Weil er mir was rotes anzeugt, als er mir überhaupt schon... Ich darf aber keinen Schaden nehmen. Wir fahren mal an der anderen Seite. Boah, ist der langsam! Und schon Schaden genommen, ey. Nee, nene, nene. Ja, Züge? weiß ich auch nicht erst bei sander matreas gibt es erst mal weiße züge schon hier gibt es ja nur eine luftbahn s klasse jetzt fahren wir ganz vorsichtig hier um das ist eine kleine abkürzung was ich genommen habe bis ich besser sehe so schnell hier hoch kommt jetzt hier hoch und nimmt mir auch noch schaden jetzt fahren wir zur fischfabrik und dann das wird ein schönes feuerwerk aber sorry leute es geht jetzt schneller weil es läuft zu langsam die kiste müllauto müssen sie mir die mafiosen familie mit dem müllauto mitgeben das ist unglaublich so langsam durch die ecke fahren nein nicht kaputt fahren das drückt auch noch auf zeit da sind wir schon da schön da hinten lang wieso die autobombe aktivieren noch so schön das war ja so das war der wert von 3000 das war das war noch mal zum familienbus aber das gebäude bleibt jetzt so zerstört es wird auch nur wieder variiert außer die brücke das ist ja der nächste stadtteil und das wird ja auch noch spannend so fahren wir weiter so so kann ich davon zu süchten so jetzt fahren wir hier rum 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 wird das auto bleibt jetzt noch schön brav stehen und jetzt gehen wir nochmal zum ins sinnseidel irgendwas mit es irgendwas mit es so auch damit sein klavier Wir sollten diese Kolumbien-Bastards ausziehen, aber während wir mit den Triads sind wir nicht stark genug sind. Der Kartell hat die Führung von der Spank-Kraft bekommen. Wenn wir eine Open-Attack machen wollen, dann wird sie den Boden mit uns ausziehen. Sie müssen uns auf die große Böse, die Curly leden Sie zu. Wir müssen uns unsere Hände, oder eher eine Hände, Ihre Hände. Ich sage Ihnen, dass das Spank-Faktor ist als ein persönliches Worte für mich, Salvatore Leone. Wenn Sie das für mich machen, dann werden Sie ein geschehen Mann. Alles, was Sie wollen. Geh und siehst den 8-Bomb. Sie brauchen seine Expertise, um das Böse zu fliegen. Wollen wir mal los machen. Da kann ich das mal sagen. Wer kennt da von euch noch die 8-Bit? Die 8-Bit, ähm, damals die altmärliche, das weiß ich. Da. So. Komm wieder, Bruder, wenn du das Geld hast. Und der guckt, geh nicht mit mir. Ey, das gibt's nicht. Hä? So. Oh, wir haben das Geld schon, ne? Okay, let's do this thing. I can set this baby to detonate, but I still can't use a piece with these hands. Here, this rifle shall help you pop some heads. Oh, unsere schöne Kohle. So, ähm, wir fahren mal wieder durch den Tunnel. Aber diesmal wieder keine Pedder hier drin. Das ist schon mal gut. Wir müssen noch auf den Hafen. Und die Sniper reinfinden, muss ich nämlich nehmen, um da welche Leute abzuschießen. Das wunderbare Mission weg dem Schiff. Ich bin sehr seguident. die uns jetzt sehen das ist wunderbar 30 schuss hatten so gezielt gut so die ersten typen ist ausschalten das wackelt aber es sehr geht nicht zielen um so eine tasse geht noch mal zielen so zugen ich muss erst mal zielen welche taste ist das denn ich muss zielen hilfe mission fehlgeschlagen was sollen die scheiße jetzt so das gewehrchen wir müssen noch mal zurückfahren jetzt gehen wir 100.000 noch mal weg nein